Artworks im Phase 2 Set, gute Nachrichten aus Kool-Loon und ein Hinweis zum Spider-Man-Kostüm. Das geht ab im Fandom, willkommen zu Marvel's Supreme. Allgemein schaut das Phase 2 Blu-Ray Set natürlich hervorragend aus. Da überlegt man sich, ob man nicht doch zuschlagen sollte. Mich persönlich sprechen aber mehr diese Bonus-Inhalte an, unter anderem diese Preview auf Marvel's Phase 3. Die Black-Panda-Sachen sind super geil, wie sie diesen Monarchen hier einführen möchten. Aber nochmal ganz persönlich spricht mich hier Doctor Strange an. Der Regisseur Scott Derrickson bezeichnet den Film in diesem Zuge als Mind-Trip-Action-Film, wo ich sofort an psychodelische Untermalung sowohl in Grafik und Musik denke. Das ist die Art, die ich mir von einem Doctor-Strange-Film auch erhoffen würde. Also das klingt schon mal sehr vielversprechend. Und wenn man dann auch noch hört, wie viel Liebe Kevin Feige einfach für Stephen Strange hier im MCU hat und hofft, dass er einfach seinen passenden Einstieg hier findet, dann geht einem als Strange-Fan definitiv immer mehr das Herz auf. Und mit dem, was hier gezeigt wurde, ist definitiv nochmal meine Euphorie zu diesem Film weiter gepusht worden. Eine kurze, aber sehr gute Nachricht gibt es aus der Netflix-Welt. Unsere Iron Fist, Danny Rand, hat seinen Showrunner. Scott Buck, der für Erfolgsserien wie Dexter oder Six Feet Under bekannt wurde, darf sich also nun an einer Netflix-Variante des einen Heroes for Hire versuchen. Jeff Lüpp meinte dazu, dass sie grundsätzlich bei diesen Netflix-Serien immer auf die krassesten und interessantesten Ansätze warten, die ihnen da präsentiert werden. Und Scott Buck muss eine Fassung vorgelegt haben, die das komplette Kreativ-Team aus der TV-Abteilung schlichtweg umgehauen hat. Und wenn ich dann auch noch lese, dass Scott Buck sich vor allem mit dem vielschichtigen Charakter von Danny Rand befassen möchte und damit spielen möchte, ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Charakterentwicklung, dann hat er mich jetzt schon für diese Serie gewonnen, ohne dass ich überhaupt einen Teaser sehen muss. Und zum Schluss greifen wir noch einen der beiden Rosso-Brüder auf, und zwar Anthony. Der wurde mal wieder in Sachen Civil War zu Spider-Man gelöchert. Zum einen kam in den letzten Wochen raus, dass eventuell die Rolle doch wieder ein bisschen wichtiger ist, als wir bisher angenommen haben. Denn wie die Rosso-Brüder beide klarstellten, gab es keinen Plan B. Spider-Man war vom Anfang an im ersten Script drin. Das heißt, hätte Feige diesen Deal nicht zustande gebracht, wäre das Ganze dezent nach hinten losgegangen. Zum anderen hat aber Anthony eben auch eine Aussage zum Kostüm von Spider-Man geliefert. Und zwar diskutieren wir ja schon seit Ewigkeiten drum, was es denn nun wird. Wir haben Bilder von einer selbstgemachten Variante. Wir hoffen insgeheim natürlich auf die Iron Spider. Und vor kurzem wurde dann in Produktionsbildern eben dieses klassische rot-blaue Design bestätigt. Doch nun ist Anthony da was rausgerutscht, was wohl ein entscheidender Hinweis darauf sein könnte, dass wir doch mehrere Kostüme bekommen. Und zwar hat er gesagt, dass ein Kostüm von Peter Parker noch komplett durch die CGI-Abteilung durchmuss und sehr aufwendig sein soll. Das stinkt nach Iron Spider. Im Moment können wir also mit drei verschiedenen Kostümen sogar rechnen, würde ich sagen. Und es ist dann doch ziemlich passend, wenn wir zurückdenken an die verschiedenen Kostüme, die Spider-Man im Civil War Comic Event anhatte. Das war's dann auch für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.